Tja, heute sind wir also auf unserer Jeep Safari auf den Spuren von James Cook. So today we are doing a Jeep Safari on the tracks of Mr. James Cook und wir sind jetzt hier auf einer Ananas-Plantage gelandet. So we are now here on a pineapple plantation, but there is also a different fruit here. Ja, das war noch eine andere Frucht. Ach, Noni. Noni was the name. And for this, it's a great cancer treatment. So you drink it and you're fine if you have a problem with cancer. So, also wenn man Krebs hat, sollte man den Saft dieser Frucht trinken und ja, dann wird man geheilt. Also wirklich sehr gesund hier. So und jetzt machen wir noch ein bisschen weiter. Wir fahren noch ein bisschen über die Insel. Wie gesagt, wir haben wunderbares Wetter today. Wunderbares Wetter today. Schönes Wetter heute. Nice Wetter today. Beautiful sunshine. And maybe we should show a little bit that way also. You can hear the local chicken screaming around. Die Hühnzen, die Hühnzen schreien schon nach uns. Und eigentlich ist es jetzt auch Zeit Mittag zu essen. So the chicken are crying for us. So it's time for lunch. Not push. Yeah, lookey. dieser ein bisschen neighbours C yourselves? So this happens.